Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Du bist eigentlich ein sehr gebildeter, ehrlicher, ein fairer und gerechter Mensch Doch wenn du die Chance hast, benutzt du diese Tugenden, um die anderen zu ersticken, zu erdrücken, zu erniedrigen Weißt du, was dein Problem ist? Du ziehst es immer wieder vor, dich selbst zu täuschen, damit du nicht leiden musst Vergöttern wir unser Gegenüber und tun auch noch so, als sei er wirklich dieser Gott, der er nicht ist Und werfen ihm das dann vor Tust du mir denn nicht ein wenig Unrecht? Ob ich alt geworden bin, oder verrückt, oder ein anderer Mensch Das kannst du dir aussuchen Das kannst du dir aussuchen Untertitelung des ZDF, 2020